Fragen an eine künstliche Intelligenz Die Landwirte, als Hersteller von Lebensmitteln, sind die wichtigste und unabdingbare Gruppe in der genannten Aufzählung. Ohne ihre landwirtschaftliche Tätigkeit gäbe es keine Rohstoffe für die Lebensmittelproduktion. Sowohl die Verarbeiter, die die Lebensmittel verarbeiten und verpacken, als auch der Handel, der der Produkte vertreibt, sind von der Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse abhängig. Daher bilden die Landwirte die grundlegende Basis für die gesamte Lebensmittelversorgungskette. Das war deutlich. Das war deutlich.